Das war's für heute. Der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Schaumaster Steffen und Daniel. Der Gast für die Wähler, für die Bürger. Man kann's gar nicht überlesen. Stay Twitch-Streamer und Twitch-Kritiker. Die Nummer 1 als Twitch-Kritiker würde ich sogar sagen. Und wem haben wir auf die Politikseite heute, Daniel? Ja, er ist bei den Grünen, die Nummer 2 jetzt für die Wahl, Listenplatz 2, Sven Giegold. Und er ist bereits im EU-Parlament und möchte jetzt ein zweites Mal hinein. Und stellt sich hier heute den Wählerfragen. Sie haben den Kopf gestellt, habe ich was Falsches gesagt? Es ist aktuell schon das dritte Mal. Ich bin jetzt seit gut neun Jahren im Parlament. Ich entschuldige mich, die Information auf dem Zettel hier war falsch. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir legen los, wir nutzen die Zeit. Herr Giegold, die erste Frage in Ihre Richtung. Glauben Sie, dass die Menschen in Deutschland ein Problem mit Politikverdrossenheit haben? Also ich glaube insgesamt auf keinen Fall. Morgen gehen die Kids von Friday for Future wieder auf die Straße. Das ist ja das Gegenteil von Politikverdrossenheit. Ich glaube, viele Leute sind genervt, dass gerade die Große Koalition, aber man muss auch allgemeiner sagen, die Politik insgesamt, zentrale Probleme nicht löst. Beim Klimaschutz, beim Artensterben, bei der Freiheit im Internet. Und das macht Leute sauer, wenn legitime Forderungen gestellt werden. Und dann kommt keine glaubwürdige politische Reaktion. Aber das kann man am 26. Jahr ändern. Gehören Sie selber nicht zu diesen großen Parteien, die zu dieser Politikverdrossenheit, ich würde es nicht sagen, ich würde sagen Parteiverdrossenheit, mitgewirkt haben? Denn das ist das, was es aktuell besteht. Es ist eine Verdrossenheit der etablierten Parteien. Und ich würde sagen, die Grünen sind Teil dieser Kette? Also erstmal habe ich ja eben auch gleich gesagt, dass es nicht nur die Große Koalition ist, sondern natürlich tragen wir auch Mitverantwortung für dieses Land. Aber wenn wir jetzt mal gucken, was morgen los ist. Überall in Europa streiken die Kids fürs Klima. Und wenn wir eins als Grüne konsequent gemacht haben, seit 40 Jahren, seit unserer Gründung für Politik gegen den Klimawandel zu kämpfen, das ist unsere ganze, geht, das liegt in unserer DNA. Und da haben wir jetzt Rückenwind. Nicht, weil die Bürger Politikverdrossen sind, sondern weil viele Menschen sagen, die Kids haben recht. Und deshalb würde ich an der Stelle sagen, da haben wir jetzt die Chance, unsere Forderungen durchzusetzen, wenn die Leute auf der Straße und wir in den Parlamenten zusammen stark werden. Okay, Sie sagen zusammen stark werden. Warum haben Sie es dann zusammen nicht gemeinschaftlich als Partei geschafft, gegen den Upload-Filter zu stimmen? Tja, das ist eine gute Frage. Also erstmal ist es so, dass im Europaparlament wir eine klare Haltung haben. Wir waren von den proeuropäischen Fraktionen die einzigen, die mit großer Mehrheit gegen die Upload-Filter gestimmt haben. Sozialdemokraten waren mehrheitlich dafür, Christdemokraten und Liberale. Aber es stimmt, wir hatten einige Abgeordnete bei uns in der Fraktion, die leider für die Upload-Filter gestimmt haben, gegen die Fraktionslinien. Und jetzt haben wir im Europaparlament keinen Fraktionszwang, Gott sei Dank. Das finde ich auch gut. Ich persönlich habe mich immer zusammen mit Julia Reda und den anderen verhalten, wie die große Mehrheit der grünen Fraktionen, da stehe ich auch dazu. Aber ich kann niemanden und ich will auch niemanden zwingen, der das anders abwägt, anders zu stimmen. Aber unsere Mehrheit war klar. Ich denke aber doch, dass sich da das erste und das ist die erste Frage und die zweite Frage so ein bisschen vermischen, weil ich das Gefühl habe und vielleicht viele da draußen auch, dass sie doch eine, aufgrund der Tatsache, dass sie eine der etablierteren Parteien besuchen oder Teil der etablierteren Parteien sind, dass gerade im Angesicht dieser Abstimmung, und ich nenne mal ein explizites Beispiel, gerade die Frau Trüpel, die Frau Dr. Helga Trüpel, ist sehr, sehr aktiv geworden. Und die besteht darauf, dass sie sehr oft sagt, dass sie seit 15 Jahren im EU-Parlament ist. Aber vielleicht hat auch dazu beigetragen, und Sie sagen, Sie sind seit drei Jahren dabei, ich weiß nicht, wann die Halbwertszeit da abgelaufen ist, vielleicht hat das dazu beigetragen, dass sie ein bisschen verkappte Ansichten hat. Ich kann beispielsweise nicht erklären, wie ich zitiere, ich habe sehr viel mit kleinen Künstlern zu tun, die mir zu verstehen gegeben haben, dass sie sich von großen Internetplattformen schlecht behandelt fühlen und wie sie in diesem Zuge dieses, das ist ein Zitat, keine Beispiele genannt hat und wieso sie überhaupt so einen Blödsinn erzählt. Und leider muss ich sagen, dass mich das ein bisschen verwirrt. Wieso sollte das anders werden? Also erst mal, um es nochmal ganz klar zu sagen, Helga Trüpel ist Kulturpolitikerin. Und in der Tat, was wir im Parlament erlebt haben, war ja Folgendes. Und ich kann das auch sehr direkt beschreiben. Wir hatten auf der einen Seite sehr viele Expertinnen und Experten fürs Internet, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, genauso auch viele Nutzer. Aber ich will das nicht nur auf die Nutzer beziehen, sondern auch viele, die sich mit dem Netz auskennen, mit Netzpolitik, die alle gesagt haben, lasst den Blödsinn mit den Uploadfiltern. Und auf der anderen Seite hatten wir außerdem die Firmen, die dahinter stehen. Also auch Google, Facebook, YouTube, die haben auch alle gesagt, lasst den Blödsinn. So, auf der anderen Seite hatten wir enormen Lobbydruck von Verlegern. Mich zum Beispiel hat mein eigener Buchverlegerin, hat mich angerufen und gesagt, Herr Giegold, bitte stimmen Sie für dieses Leistungsschutzrecht. Die haben sehr viele Kollegen angerufen. Wir hatten also auch viele Künstlerinnen und Künstler, die auf unserer Seite sozusagen waren und andere, die auf der anderen Seite waren. Insofern ist das, was Helga gesagt hat, kein Blödsinn. Ich finde es auch nicht gut, politische Positionen von anderen, die durchaus begründet sind, so schnell als Blödsinn und so weiter abzuqualifizieren. Das ist ein schlechter Stil. Was ich gut finde, ist zu sagen, das ist eine Position, die ich aus guten Gründen, wie ich finde, nicht teile und die Mehrheit der Menschen, die sich im Internet damit beschäftigen, auch nicht teilen. So, und ich kann, ich sage es ganz offen, ich kann und will nicht eine Fraktion, wo ich Ihnen garantieren kann, dass alle, die dann im Parlament gewählt sind, so stimmen, wie es bei uns im Programm steht. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass wir unser Wahlprogramm ernst nehmen, dass unsere Fraktion danach gehandelt hat, wie die zu den Protesten aufgerufen haben und dass wir die einzigen Pro-Europäer waren, die das mehrheitlich gemacht haben. Und die SPD zum Beispiel, die auch vieles Gutes gemacht hat, die gegen die Upload-Filter gestimmt haben, haben es nicht geschafft, ihre Fraktionskollegen zu unterstützen, wieso die Sozialdemokratie in der großen Mehrheit dieser schlechten Reform ins Werk geholfen hat. Also ich kann nur sagen, wie Sie, ich ärgere mich natürlich, dass Leute anderer Meinung sind als ich, aber ich beschimpfe sie dafür nicht, sondern wir gehen in die Debatte und die Künstlerinnen und Künstler waren wirklich gespalten in dieser Frage. Da kann man nicht sagen, die waren alle auf der einen oder der anderen Seite. Gut, das ist natürlich in dem Fall entweder mein Fehler, dass ich nie auch nur eine Erwähnung eines Künstlers bekommen habe, der sich nicht klar davon distanziert. Und das muss ich ganz klar offen sagen, das wurde auch immer wieder angesprochen. Frau Trübel wurde diesbezüglich auch gefragt oder es wurde verpasst, sie zu fragen. Ich habe keinen expliziten Künstler gefunden, der sich dafür einsetzt, dass dieser Upload-Filter kommt. Und wenn es doch existiert, soll sie sich gerne mal bei mir melden. Meine Twitter-Nachrichten sind offen. Ich habe noch eine Frage, um da jetzt nicht drauf hängen zu bleiben. Was mir aufgefallen ist in der Recherche um dieses ganze Thema, ist, Herr Giegold, dass Sie für mich eine durchaus kompetente wirtschaftliches Fachwissen haben. Sie beschäftigen sich viel mit Steuerrecht. Also Sie sind einfach für mich eine Person, die sich mit dem auskennt, was sie sagt. Warum sind Sie dann bei den Grünen? Warum? Weil ich komme aus der Umweltbewegung. Nichts berührt mich innerlich so tief wie auf der einen Seite die extreme Armut auf der Welt und die Zerstörung und Plünderung der Natur. Für mich ist das nicht eine Nebenfrage. Ich bin bei den Grünen, weil ich nicht ertragen kann, wie die Welt den Regenwald zerstört, wie wir die Korallenriffe kaputt machen, wie die Vögel, die ich als Kind gezählt habe im Naturschutz, heute nicht mehr da sind. Für mich sind das existenzielle Fragen. Und die sind für mich aber immer verknüpft mit ökonomischen und sozialen Fragen. Deshalb habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert, weil ich verstehen wollte, was führt zu dieser Plünderung. Und ich fühle mich nur bei Bündnis 90 die Grünen gut aufgehoben, weil das die einzige Partei ist, die Ökologie zu einem zentralen Punkt in der eigenen Politik macht und das nicht immer dann vergisst, wenn es um irgendwelche anderen Widersprüche geht. Jetzt sind ja alle für Klimaschutz und gegen das Artensterben. Aber wenn es dann darum geht, das abzuwägen mit anderen Politikfeldern, dann finde ich immer wieder, dass das hinten runterfällt. Zum Beispiel die Linkspartei, schauen Sie nach Brandenburg, was da passiert mit den Kohlegruben. Da komme ich nicht drauf klar. Und deshalb fühle ich mich bei Bündnis 90 die Grünen pudelwohl. Wo ich beispielsweise nicht drauf klarkomme, ist, Sie sagen, Sie haben sich schon immer für Klimaschutz eingesetzt, beziehungsweise die Grünen haben das schon gesagt. Und damit verbindet man auch die Grünen. Ich finde aber durchaus, und das ist nach einigen Punkten der Recherche mir aufgefallen, dass sie sich zwar immer für Klimaschutz einsetzen, sich aber immer konsequent in einzelnen Punkten das auch irgendwie schaffen, es herauszuheben. Ich mache mal ein Beispiel. Den Informationen, nach denen ich dem Merkur entnommen habe, haben es die Grünen in einem Artikel von 2017 geschafft, 23 geschäftliche Flüge innerparteilich abzuwählen. Das ist im Vergleich übrigens, im Vergleich zur SPD, CDU und CSU, die mit allen anderen Parteien zusammen 26 Flüge schafft, eines der Spitzenreiter. Und ich frage mich, wie sich das mit dieser Klimafokussierung vereinbaren lässt, Herr Giegel. Ja, das sage ich Ihnen ganz offen. Ich kenne diese Zahlen, ich habe sie nicht überprüft. Kenne ich nicht, aber der Punkt ist, was ich Ihnen persönlich sagen kann, ich fliege auch innerhalb Europas, obwohl ich das nicht will. Warum mache ich das? Solange es kein effektives Eisenbahnnetzwerk gibt, das mich pünktlich von der Sitzung in Brüssel wieder zu meinen Kindern bringt, habe ich jede Woche eine ganz praktische Abwägung. Sehe ich, mache ich effektiv Politik? Also oder lasse ich zu, dass da Treffen stattfinden, wo dann kein Grüner ist? Weil das ist nämlich im Europaparlament so, da hat man für ein Gesetz einen Zuständigen. Wenn ich da nicht bin, um rechtzeitig bei den Kindern sein zu können, dann habe ich keine Chance. Solange wir es nicht schaffen, Verkehrssysteme zu bauen, die ökologisch sind, bin ich gezwungen, gegen mein eigenes Gewissen auch Strecken zu fliegen, wo ich normalerweise sagen würde, das sollte ich verdammt nochmal mit der Eisenbahn fahren. Und mich quält das. Ich selber habe nicht mal einen Führerschein, weil ich nämlich aus der Umweltbewegung kam und mit dem Waldsterben eigentlich politisch mein Bewusstsein angefangen hat. Ich habe deshalb nie einen Führerschein gemacht. Ich bin dieser Frage kein Zyniker. Aber diese Abwägung, was ist wichtiger? Mich um die Kinder zu kümmern, dass die ihren Vater mal sehen oder in Brüssel meine Pflicht zu tun, das kommt manchmal in der Abwägung zu einem Flug. Und solche Dilemmata haben ganz viele Menschen, die wollen sich ökologisch verhalten. Aber die können es nicht, weil es die Verkehrssysteme nicht gibt, weil es die Angebote nicht gibt. Und wir Grünen streiten dafür, dass sich die Politik ändert und nicht, dass jeder Politiker, der dafür streitet, die optimale Klimabilanz hat, so sehr ich persönlich mir das wünschen würde. Das ist die ehrliche Antwort. Ich kann das absolut nachvollziehen, aber möchte da nochmal nachhaken, weil ich glaube, dass gerade auf politischer Ebene Sie und Ihre Parteigenossen da als Vorbilder fungieren. Und ich verstehe Ihr persönliches Dilemma und Ihre einzige Möglichkeit, das so zu lösen. Allerdings setzt sich Ihre Partei so aktiv ein und das so zu lesen, jetzt mal dahingestellt, ob das wirklich zu 100 Prozent bestätigte Zahlen sind. Sie haben ja gesagt, ich habe das nicht überprüft. Und ich kann das jetzt auch nur so zitieren, wie ich es vor mir habe. Das wirft für mich dann doch trotzdem die Frage auf, muss man das so machen? Sollte man dann nicht der Vorreiter sein und sagen, wir haben das innerparteilich so gelöst, dass wir darauf verzichten, Flüge nach, wer weiß wohin zu machen und wirklich nur auf Mindestmaß zu machen und das vielleicht auch nicht zu protokollieren, aber das in regelmäßigen Abständen auch mal zu rechtfertigen und zu sagen, wir mussten das tun, denn die Infrastruktur ist so schlecht ausgebaut und so weiter und so fort. Also ich kann nur eins sagen. Ich glaube persönlich, dass der Versuch, wirklich perfekt zu leben, und zwar klimapolitisch, aber auch menschenrechtlich, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Wir führen hier gerade ein Gespräch über das Internet. Sie sitzen vor einem Mikrofon, ich sitze vor einem Computer. Wir haben Kleidung auf der Haut. Wie ist das hergestellt? Ihr Mikrofon vermutlich genauso unter unmenschlichen Bedingungen wie mein Computer. Ihre Kleidung vermutlich genauso wie meine, hergestellt unter Bedingungen, die mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun haben. Und ist jetzt unsere Hauptaufgabe, die ganze Zeit unsere Ökobilanz zu optimieren? Ich finde, es ist richtig, wie wir das zum Beispiel als Partei geregelt haben, dass man Inlandsflüge nur unter ganz engen Voraussetzungen abrechnen kann. Also die Partei hat dort entsprechende Regeln. Das Gleiche gilt dafür, dass sie bei uns auf den Parteitagen nicht in Fleisch ersaufen, sondern dass sie da, wo immer das geht, Bioprodukte haben und so. Es gibt bei uns auf jeden Fall den Versuch, das zu machen. Aber die Forderung, dass wir da sozusagen als Vorbilder fungieren sollten, selbst wenn das im realen Leben fast nicht möglich ist, da finde ich, ist die Verantwortung für eine Partei eine andere. Wir stimmen gegen Handelsverträge, die keine verbindlichen sozialen und Umweltstandards haben, damit irgendwann ihr Mikrofon, ihre Kleidung genauso aus menschenrechtlich korrekter Produktion kommt, wie der Computer hier vor mir und meine Kleidung. Und da statt mich jetzt auf die moralisch höhere Position zu stellen und zu sagen, ich habe hier die bisschen fairere Kleidung, ist meine Hauptaufgabe als Grüner zu sagen, ich will, dass alle Produkte, die nach Europa importiert werden, unter grundlegender Einhaltung von Menschenrechten und Schutz der Umwelt eingeführt werden. Und ich finde es unsäglich, dass Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale regelmäßig für die Handelsverträge stimmen, die genau die Importe dieser Produkte hierher zulassen. Und so könnten wir, finde ich, sollten wir das angehen und nicht so sehr aus der Position, wir leben am korrektesten. In dem Punkt nochmal, ich gehe davon aus, dass das im Rahmen einer kapitalistischen Gesellschaft allerdings schon fast natürlich ist, dass aktuell, zumindest meinen Recherchen nach, gerade Labels wie Bio oder Fairtrade mehr als Marketing-Tool benutzt werden, als als schlussendliches, tatsächliches Warnzeichen für faire Abwinkelung. Sehen Sie das anders? Ein Spruch. Also die ganz überwiegende Zahl der Produkte, die ein Fairhandels-Signé haben, genauso wie die ganz überwiegende Zahl, die ein Bio-Signé haben, die sind tatsächlich besser. Es gibt immer Missbrauch, das stimmt, das hat vielleicht etwas mit der menschlichen Natur zu tun, dass es immer auch die Versuchung gibt, sich gegen ethische Standards und Regeln rumrum zu mogeln. Aber die Kontrollen sind gut. Und wer diese Dinge kauft, der hat häufig den Menschen ein besseres Leben ermöglicht. Und ich lehne das ab, dass, weil es Skandale gibt, man die ganze Sache, die ganze Idee in den Dreck zieht, sondern es ist richtig, Bio und Fair zu kaufen. Und noch besser wäre es, wenn nur solche Produkte mehr in den Einzelhandel kommen. Ich verstehe nicht, warum wir haben so große Handelskonzerne. Die haben praktisch enorme Marktmacht. Die könnten gemeinsam, wie es zum Beispiel in den Niederlanden passiert ist, sich gemeinsam einigen auf Mindestpreise, die sie allen Bauern zukommen lassen. Das ist auch in deren Verantwortung. Und ich bin dagegen, nur weil es Skandale gab und weil das nicht perfekt ist, zu sagen, im Kapitalismus kann man eh nichts tun. Nee, auch im Kapitalismus kann man auf Standards setzen und die durchsetzen. Und das machen diese Verbände, wenn nicht auch perfekt. Also das kann ich so nicht stehen lassen. Tut mir leid. Okay, also da geht es dann um die einzelnen Missbräuche, die dann eventuell herausstechen. Und dann führt das dazu, dass das teilweise auffällt, wie in vielen Fällen. Okay, sagen Sie, um das Thema noch mal ein bisschen zu wechseln, Stichwort Romöopathie. Ist das, also wie stehen Sie dazu? Ich persönlich oder politisch? Also ich kann nur sagen, erstmal grundsätzlich, ich bin da etwas vorbelastet. Meine Frau ist Ärztin und daher habe ich mit dem Irrsinn des Gesundheitswesens täglich seelsorgerisch zu tun, wie ich immer gerne sage. Und ich halte sehr viel von Evidenzbasierung. Das bedeutet also, dass Methoden, die wir ansetzen und für die wir gesellschaftlich die Kosten übernehmen, über Krankenversicherung und so weiter, dass die beweisen müssen, dass sie wirken. Und das eine andere Sache ist, dass natürlich Menschen die Freiheit haben, auch alternative Heilmethoden auszuprobieren. Aber sobald wir als Gesellschaft sagen, das erstatten wir kostenmäßig, da braucht es eine saubere Evidenzbasierung. Und da allerdings, und das will ich noch zuletzt sagen, gibt es ein Problem, dass viel Evidenz da erforscht wird, wo Pharmaunternehmen ein Interesse haben, die Forschungsarbeiten zu bezahlen. Und dort, wo so ein Interesse nicht besteht, wir zu wenig Geld haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir unabhängige medizinische Forschung öffentlich finanzieren, auch durch Stiftungen finanzieren, damit eben dieser Interessenskonflikt zwischen den Herstellern und der Produktion von Wissen nicht weiter vorgeht. Und ich bin ein großer Fan der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, die sich genau um eine solche lobbyfreie, aber doch evidenzbasierte Behandlungsmethode engagiert. Und das ist, glaube ich, der Weg, den wir da gehen sollten. Das wäre meine Antwort darauf. Okay, also sagen Sie, das kann eine Alternative sein oder es kann ein Zusatz sein, wenn es auf Basis von tatsächlich erbrachten Nachweisen ein Ziel führend war in der Vergangenheit. Weil ich habe oft das Gefühl, dass das von Leuten vertrieben wird oder auch von, Sie sagten, dass die Pharmaindustrie da logischerweise Interesse daran hat und dass das sehr aufgeblasen sein kann. Ich habe oft das Gefühl, dass es da um den Vertrieb von Placebo-Bauchi-Bauchi-Gutgefühlmitteln geht. Ist das nicht so? Ich glaube, ich habe mich nicht klar ausgedrückt. Die Homöopathie ist, glaube ich, nicht so sehr von Pharmakonzernen vertrieben und getrieben, sondern das ist eine bestimmte Gruppe von Menschen, auch von Medizinern, die glaubt, dass das wirkt. Und ich habe nur gesagt, jeder kann an sich glauben, woran er oder sie möchte, aber bevor der Staat sagt, über Krankenkassen und Ähnliches, erstatten wir die Kosten. Dafür muss es eine klare Evidenzbasierung geben. Und da geht es nicht nach dem Bauch. Und ansonsten möchte ich nicht irgendwem vorschreiben, was bei ihm im Bauch vorgeht. Ich erlaube mir hier auch nicht so eine Beschreibung, wie Sie das eben gemacht haben, sondern Leute glauben an ganz unterschiedliche Dinge. Und das kann auch sein, dass das bei denen wirkt. Placebo ist bei jeder Methode ein ganz wichtiger Teil der Wirkung. Ohne Placebo, dass es alles wirkt, auch der schönste Wirkmechanismus nicht so gut. Deshalb erlaube ich mir da gar kein Urteil. Der Punkt ist nur, ich will nicht, und Sie haben ja nach einer politischen Antwort gefragt, ich will, und deshalb habe ich auf der Ebene auch nur geantwortet, ich will nicht, dass wir als Gesellschaft für etwas bezahlen, was die Wirkung nicht bewiesen hat. Aber bei der Wirkungsforschung müssen wir dafür sorgen, dass die eben wegkommt von so einer starken Pharmafinanzierung, sondern die muss finanziert werden viel, viel stärker aus öffentlichen Mitteln, ohne dass irgendein Akteur an der Forschung Interesse hatte. Und da mache ich mir große Sorgen in ganz vielen Bereichen der Wissenschaft, dass wir viel zu wenig Geld haben, was interessensfrei ist. Darüber sollten wir uns, das kenne ich auch im Wirtschaftsbereich, haben wir genau die gleichen Probleme mit Finanzprodukten und der Forschung über Banken und Versicherungen. Überall sind Drittmittel im Spiel. Und das stellt die Neutralität der Forschung in Frage und öffnet auch den Raum für alle möglichen blöden Verschwörungstheorien, von denen ich persönlich wenig halte. Okay, das kann ich nachdenken. Danke für die Klarstellung. Bevor du vielleicht die nächste Frage stellst, ich wollte nur an die Zeit erinnern, wir haben noch 20 Minuten, die Hälfte der Zeit ist schon um. Nochmal an den Chat, Ausrufezeichen, Stay, Ausrufezeichen, GIGOL, da kriegt ihr alle wichtigen Links. Stay, das Wort geht wieder an dich. Okay, vielen Dank. Um das Thema nochmal zu ändern und um das ein bisschen anders zu sehen, sagen Sie mal, also bevor Sie sich drei Globilis werfen, würden Sie sich doch eher in Behandlung geben. Und das finde ich sehr, sehr gut, was meine persönliche Ansicht bezüglich Homöopathie ist, ist jetzt mal dahingestellt. Apropos drei, wenn ich sage RWE, E.ON oder RTL, was macht Ihrer Meinung nach den größten Dreck? Das ist ja ein Witz. Also weiß ich wirklich nicht. Das Niveau bei RTL gefällt mir oft nicht. Die beiden anderen Konzerne sind natürlich für den Klimawandel mitverantwortlich. Ich will mich fragen, wird sich nicht erlauben, dass sich Unternehmen, die die größten Dreckschleudern mit verbreiten, dass ich die als Klimaschützer natürlich deutlich schlimmer finde. Ja, das war jetzt auch nur. War aber gut, die Dreierkürze. Ich werde nochmal drüber nachdenken und mir noch mehr so Kürzel einfallen. Ja, vielleicht schreiben Sie es einfach danach auf Twitter, dass Sie gefragt wurden und wenn Sie sich das überlegt haben, dann können Sie noch mal was sagen. Gut, mal sehen, was uns dann noch so kommt. Apropos Energie oder Klima. Erneuerbare Energien. Ist es nicht? Also ich habe mich da sehr, sehr umgeschaut und erst mal würde ich gerne wissen, wie Sie, also welche Best Practice Sie bezüglich des Kohleausstiegs sehen und wo Sie unsere Zukunft auf Energieebene überhaupt sehen. Der Klimawandel scheitert voran. Wohin soll die Reise gehen? Also ich glaube mal erstmal, wir müssen konsequent auf vollständig erneuerbare Energie umstellen. Das ist europaweit am besten möglich. Das ist auch kostengünstig. Kurze Zwischenfrage, was ist das genau? Was ist vollständig erneuerbare Energie? Ja, das ist ein Energiemix, der beruht auf Solarenergie, auf Windenergie und einer begrenzten Menge an Biomasse und auch Geothermie. Und diese Mischung, vielleicht auch noch ein gewisses Maß an Wellenenergie in einigen Lagen, das ist aber am Ende alles Solarenergie bis auf die Geothermie. Und diese verschiedenen Formen der Solarenergie, wenn wir die mit guten Speichern europaweit kombinieren, dann können wir kostengünstig umstellen. Wir haben mehrere tausendmal mehr Solarenergieeinstrahlung auf die Erde, als wir Menschen brauchen. Und es geht nur darum, genügend davon umzuwandeln, obwohl, und die Energiequelle selbst ist kostenlos. Das ist heute schon möglich. Wir haben die Kosten runtergebracht. Und jetzt geht es eigentlich politisch um eine Frage. Wie schnell machen wir diesen Umstieg? Und da gibt es eben die Interessensvertreter der alten Energieform. Die wollen, dass wir das möglichst verzögern, weil sie mit ihren bestehenden Atom- und Kohlekraftwerken und Gaskraftwerken weiter Gewinne machen wollen. Und es gibt diejenigen, die wollen, dass der Ausbau schneller vorangeht. Und im Moment haben wir leider in vielen Ländern, auch in Deutschland, eine Energiepolitik der Großen Koalition, die diesen Ausbau ausbremst, um eben den Unternehmen, wir hatten ja die Abkürzung vorher schon, zu ermöglichen, ihre Kraftwerke länger laufen zu lassen. Und wir sind für den schnellen Umstieg. Und dabei wird es Lasten geben. Und dafür müssen wir sozial dann entsprechend dafür sorgen, dass die Leute in der Lausitz, im Rheinischen Revier, dass die andere Jobs finden. Klar, aber dafür können wir was tun. Aber das meine ich. Letztlich geht es um die vollständige Umstellung auf Solarenergie. Und das ist auch möglich. Okay, wie sehen Sie denn, oder wie stehen Sie der Behauptung gegenüber, die ich jetzt einfach mal in den Raum stelle, Atomkraft ist der Gewinner des Energieumstiegs? Das ist völlig, dass das völliger Unsinn ist. Dort, wo in unterhalbwegs demokratischen Bedingungen Atomenergie gebaut wird, findet das mit massiven Subventionen statt. Gucken Sie nach Finnland, gucken Sie nach Großbritannien, Hinkley Point, Milliardensubventionen, weil halbwegs sichere Atomkraftwerke sind so teuer, das rechnet sich überhaupt nicht. Die Länder, die heute noch auf Atomenergie setzen, zum Beispiel in Frankreich, da gehört ehrlich zu sagen dazu, dass die auch einen Zugang zu waffenfähigen Uranen behalten wollen. Und es geht also hier, es gab nie diese vollständige Trennung zwischen ziviler Nutzung und militärischer Nutzung. Und ich finde, die Atomenergie hat fertig und wir steigen aus guten Gründen aus. Und als Wirtschaftswissenschaftler kann ich nur sagen, die Erneuerbaren sind billiger und sie sorgen dafür, dass die Wertschöpfung nicht zentralisiert bei wenigen großen Konzernen liegt, sondern dezentral im ganzen Land, gerade in den ländlichen Räumen landet, weil dort wird die Energie dann hergestellt, Solar und Wind. Und das hilft auch, dass unsere ländlichen Räume lebendig bleiben. Und deshalb bin ich so ein großer Fan, weil auch erneuerbare Energie eine demokratischere Energie ist. Eine, die nicht so leicht zentralisiert bei wenigen Konzernen liegt. Und das, finde ich, tut unserer Wirtschaftsordnung sehr gut. Ich verstehe dazu aber nochmal etwas. Meinen Sie nicht auch, dass wenn zusätzliche Forschung betrieben werden würde, dass das Risiko, gerade auch wahrscheinlich, weil jetzt hier von was passiert mit dem Atommüll, was sind da alles für Sachen, die im Hintergrund ablaufen, wo wird das gelagert? Meinen Sie nicht, dass unter anderem durch Transmutationen und Möglichkeiten der Umwandlung und der Verharmlosung oder dem leichteren Abbau von solchen gefährlichen Stoffen, dass es dann doch nicht eine Möglichkeit gäbe, die Atomkraft als die Option anzusehen, kurzfristig? Also kurzfristig ist bei der Atomenergie gar nichts, weil die Bauzyklen von Atomkraftwerken sind lang. Und wir haben keine Zeit mehr. Wir haben noch zwölf Jahre. Die Kids erinnern uns bei Friday for Future ständig daran, wir haben noch zwölf Jahre. In zwölf Jahren bekommen sie unter demokratischen Bedingungen, vielleicht in China, aber nicht unter demokratischen Bedingungen, bekommen sie nicht ein Atomkraftwerk gebaut und schon gar nicht noch eine neue Technologie entwickelt, wie man mit dem Atommüll vielleicht irgendwann mal umgehen kann. Aber das schlagende Argument ist noch ein anderes. Es ist einfach zu teuer, weil alleine die Atomenergie, die Kraftwerke herzustellen, für Generationen einen Umgang mit dem Müll zu finden oder wie Sie sagen, vielleicht irgendwann eine Methode zu erfinden, wie man die Zerfallsprozesse beschleunigen kann. Das sind Techniken, die kosten so viel Geld. Solarenergie und Windenergie ist kostengünstiger und die Speicher werden wir auch kostengünstig bekommen. Und warum sollen wir eine Energieform, die wir umsonst haben, ersetzen durch eine gefährliche Risikotechnologie, die ewig braucht, um sie einzusetzen? Ich würde sagen, vergessen Sie es, die Atomenergie hat fertig. Wir machen jetzt eine grüne Energie und eine grüne Zukunft. Dafür brauchen wir weder Kohle noch Atom. Okay, vielen Dank. Um nochmal im Hinblick auf Europa ein anderes Thema anzuschneiden, wo Sie auch sehr viel Erfahrung haben, nämlich Stichwort Steueroasen. Ich lache auch oft, denn bei uns im Gewerbe als Internet-Beeinflusser, würden wir jetzt auf Deutsch sagen, oder als Influencer oder Streamer, ist es tatsächlich so, dass es unter Umständen aktuell vorkommt, dass sich Leute innerhalb der Europäischen Union Mitgliedstaaten aussuchen, wo die Steuerlast nicht ganz so hoch ist. Im speziellen Bereich Portugal. Madeira. Das sagt Ihnen sicherlich was. Ja, ja, absolut. Wie ist da Ihre Herangehensweise? Also wie würden Sie herangehen, Sie werden gewählt, was müssen wir tun? Also ich finde es ja ein bisschen lustig, weil die Kollegen auf der anderen Seite des Bildschirms sitzen ja in Irland. Wäre ja mal ganz interessant, mal zu hören, wie hoch euer effektiver Steuersatz ist. Vielleicht könnt ihr mal hier mal für Transparenz sorgen. Der Punkt ist, aber ich will erst mal politisch antworten, dann können sich die Leute ja vielleicht bei der Buchhaltung erkundigen. Der Punkt ist, es ist so, wir haben einen gemeinsamen Markt und es ist gut, dass wir den haben in Europa. Wir haben aber kein gemeinsames Steuerrecht. Und das gemeinsame Steuerrecht brauchen wir, damit es fairen Wettbewerb gibt. Damit eben nicht mehr der Steuersatz beeinflusst, wo ein Unternehmen sitzt, sondern die Leistung, die ein Unternehmen erbringt. Und das bedeutet, wir brauchen europäische Mindeststeuersätze. Das Ding ist nur, dass es schwer durchzusetzen, weil in Europa alles einstimmig ist in Steuerfragen. Es gibt aber eine Ausnahme und das ist die Transparenzgesetzgebung. Und das Europaparlament, wir haben es geschafft durchzusetzen, dass die Kommission den Vorschlag gemacht hat, dass alle Großunternehmen, nicht kleine Buden, sondern Großunternehmen, insofern beruhigen auf der anderen Seite des Bildschirms, dass alle Großunternehmen veröffentlichen müssen, wo sie wie viele Gewinne gemacht haben und wie viele Steuern sie bezahlt haben. Und dann könnten die Amersons, die Googles, aber genauso auch die Volkswagens und so weiter, die diese Steueroasen nutzen, die könnten das dann nicht mehr im Geheimen tun, sondern müssten das transparent machen. So, das haben wir beschlossen im Europaparlament. Ich bin da sehr stolz drauf, weil das eine Kampagne war, die ich mitgeführt habe über Jahre. So, und woran scheitert das jetzt? Das scheitert nicht an Frankreich, nicht an Italien, nicht an Spanien, nicht an Großbritannien, an Deutschland. Es scheitert an der Großen Koalition. Wissen Sie, was mich wirklich nervt? Es nervt mich, dass die gleichen Parteien, die das hier in Berlin blockieren, jetzt Europawahlkampf machen und erzählen, sie sind gegen Steuerdumping. Ja, und verarschen kann ich mich ganz alleine. Das ist auch demokratieschädlich, weil es mit Europa nach Hause geht. Die Leute sagen, Europa funktioniert nicht. Dabei hat die Kommission und das Parlament seinen Job gemacht. Und es liegt an der Großen Koalition in Deutschland, dass wir diese Steuertransparenz nicht bekommen. Dann müsste man nämlich transparent machen, was in Madeira und Portugal passiert, etwa in dem Bereich, den Sie angesprochen haben. Aber ich bleibe da dran, ich gebe da keine Ruhe, bis wir nicht fairen Wettbewerbungssteuerfragen in Europa haben. So wie Sie leidenschaftlich darüber reden, habe ich da tatsächlich keinen Zweifel dran. Ja, ich mache das seit meiner Uni-Zeit, beschäftige ich mich mit Steueroasen. Und das private Bankgeheimnis für die Vermögenden haben wir schon europaweit geknackt. Man kann nicht mehr einfach in der Schweiz ein Konto eröffnen und die Erträge vergessen. Das haben wir schon geschafft, aber bei den Unternehmen noch nicht. Und auch im Bereich der Wirtschaftskriminalität haben wir riesige Probleme. Aber wie gesagt, ich bleibe da dran. Und ich bin da extrem renitent. Eine kurze Frage, ganz schnell von mir. Ach, ich dachte, ich kriege jetzt den Steuersatz. Was ist, wenn Ihnen das gelingt? Und die großen Riesen, die kriegen, bekommen Angst und verlassen, nehmen wir Irland. Irland hat, glaube ich, durch die Riesen 60 Prozent des Haushaltes in Irland durch diese Steuereinnahmen. Wenn die weggehen, was passiert da mit so einem Land wie Irland? Wie fängt man das auf, diese 60 Prozent? Das würde mich interessieren. Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, die Länder, die wirklich in großem Maße Heimat für die Großunternehmen geworden sind, das sind heute mit die reichsten Staaten in Europa pro Kopf. Innerhalb des Landes gibt es riesige Ungleichheiten. Es gibt auch in Irland Menschen, die arm dran sind. Und es gibt Leute, die sind super reich geworden mit dieser Steueroase. Genauso in Luxemburg. Also das heißt, erstmal ist es eine Frage, wie in dem Land der Reichtum, der erwirtschaftet wurde mit der ganzen Steueroasenaktivität, vernünftig verteilt wird. Das andere ist natürlich, wenn Länder in großen Strukturbrüchen sind, und das kann auch durch den Abkehr von Steueroasengeschäftsmodellen passieren, dann kann man auch sagen, man hilft den Ländern, neue Geschäftsfelder zu finden. Aber ich mache mir da um Irland wirklich weniger Sorgen als um andere Länder. Weil Irland hat so viel Kreativität und so viel Intelligenz auf dieser Insel. Irland wird sich immer wieder am eigenen Schopfer aus dem Sumpf ziehen, so wie es historisch das gemacht hat. Aber würde man das beschließen, wäre ich immer bereit, dass man sucht, wie man Irland auch den Weg helfen kann. Aber dabei immer mit zu bedenken, dass Irland wahrlich nicht das ärmste Land in Europa ist. Schauen Sie aufs Baltikum oder nach Osteuropa. Deshalb bin ich auch nicht für einen Einheitssteuersatz. Ärmere Länder sollten niedrigere Steuersätze haben können als reiche. Aber, sage ich mal, dass natürlich, wenn jemand davon gelebt hat, dass Steuern umgebucht werden, und solche Einnahmen gehen weg, dann kann man natürlich das nicht auf Dauer ausgleichen. Sondern da müssen die Länder auf anderer Basis Wertschöpfung betreiben. Aber Irland wird das mit Sicherheit schaffen. Sie können sich ja erst mal auf Madeira konzentrieren. Stay, vielleicht. Haben wir. Stay, die nächste Frage. Wir haben noch sechs Minuten. Okay, dann würde ich gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, wie stehen Sie zur Frauenquote? Das kommt darauf an, wo. In Ihrer eigenen Partei beispielsweise. Ja, die ist super. Die ist 50 Prozent. Und das ist super. Und wir brauchen dringend solche Regeln, auch bei den Führungspositionen in der Wirtschaft. Ich habe über Jahre versucht, dass die Europäische Zentralbank und die Spitzenpositionen in der öffentlichen Finanzaufsicht gleichermaßen mit Frauen besetzt werden. Schauen Sie mal das Foto an des Zentralbankrats, der Europäischen Zentralbank. Sie denken, Sie sind im Mittelalter. Da gibt es zwei Frauen von über 20 Personen. Also die mächtigste Institution heute wirtschaftlich in Europa wird praktisch nur von Männern geleitet. Und ich finde das nicht richtig. Es gibt so gute Frauen in der Finanzwirtschaft. Warum kommen die nicht nach oben? Ich habe mit vielen von denen geredet. Es ist extrem schwer. Die haben nicht die gleichen Chancen wie die Männer. Und deshalb finde ich es richtig, dass wir hier Mindestanforderungen setzen. Und ich bin so froh darüber, dass wir das gemacht haben. Wir haben so tolle Frauen nach vorne gebracht. Und ohne die Quote wäre das nicht gelungen. Denken Sie mal an Annalena Baerbock. Wie die regelmäßig in den Talkshows die Sache rockt. Und wie die diesen Laden hier führt. Und natürlich hatte die auch bessere Chancen durch die Frauenquote. Und da bin ich total im Reinen mit. Finde ich super. Ich unterstütze Sie, wenn Sie sagen, es ist schön, dass man da mit dem Brecheisen mehr oder weniger der Vorgabe solche Bereiche öffnen kann. Aber sind Sie nicht auch der Meinung, dass man irgendwann sagen kann, okay, wir haben die Märkte geöffnet oder wir haben die Firmen geöffnet. Es ist etabliert, dass wir an den Punkt ankommen, an dem man sagt, okay, es reicht. Also, ja, das wäre ja schön. Aber die Zustände in den Vorständen der DAX-Unternehmen, das ist doch Saudi-Arabien. Also wir haben dort praktisch überhaupt keine Frauen. Die Frauenquote ist nahe der Nachweisgrenze in den Vorständen. Also wir sind noch ganz weit weg. Und ich will Ihnen auch persönlich, was die Partei angeht, was sagen. Was ich wirklich angenehm finde, Politik ist ein extrem auf Konkurrenz basierendes Geschäft. Und eine der Gründe, warum das Klima innerhalb der Grünen auch für junge Leute, die bei uns Politik machen, besser ist, ist, weil zumindest zwischen Männern und Frauen man nicht gegeneinander kandidieren kann. Sondern die Männer kandidieren gegeneinander, die Frauen kandidieren gegeneinander. Das führt insgesamt zu einem viel solidarischeren Umgang intern. Und das ist in der Politik verdammt viel wert. Übrigens, der größte Unterschied, ich bin ja aus NGOs in die Politik gekommen, den größten Unterschied, den ich erlebe zwischen Politik und Nichtregierungsorganisationen, ist genau das, das mehr an Konkurrenz und Gegeneinander. Und ich kann nur sagen, die Frauenquote hat hier eine sehr heilsame Wirkung. Ich weiß, dass die Zeit sehr, sehr eng ist. Und darum würde ich die letzten drei Minuten, die jetzt noch irgendwie übrig sind, würde ich jetzt einfach opfern und würde Sie nochmal fragen und auch für die Leute da draußen, warum man Sie am 26. wählen sollte und was die Grünen im Europaparlament erreichen wollen. Also ich kann nur eins sagen. Der Grund, warum ich um die Stimmen von euch und Ihnen bitte, ist so. Wir werden diese Stimmen in Brüssel in politische Veränderungen verwandeln. Ich weiß schon, am Sonntag, der Wahlzettel ist sehr lang. Aber wir haben schon in den letzten Jahren für Steuergerechtigkeit, für Klimaschutz, für das Tierwohl, aber genauso auch für soziale Gerechtigkeit und Lobbytransparenz in Brüssel sehr viel erreicht. Und wenn wir stärker werden im Europäischen Parlament, können wir, da die große Koalition keine Mehrheit mehr hat im Europäischen Parlament, noch mehr erreichen. Und außerdem wird sich gerade im Punkt Klimaschutz in Deutschland die Politik verändern, wenn diese Wahl von uns Grünen gewonnen wird. Denn wenn wir ein starkes grünes Wahlergebnis haben, wird die große Koalition ihre Blockade bei einer zukunftsfähigen Klimapolitik nicht mehr weitermachen können. Und deshalb bitte ich Sie und euch um die Unterstützung, denn mit viel Grünen können wir Europa stärker machen und diese Wahl zur Klimawahl machen, die Europa dringend braucht. Okay, vielen Dank. Das ist tatsächlich alles, was ich in meinem Katalog habe. Und vielen Dank, dass Sie sich meine Fragen gestellt haben, Herr Giegold. Ja, und danke für die kritische Haltung bei den Fragen. Ich schätze das. Ja, wir haben auch zu danken. Gerne. Und ich warte auf Twitter dann auf die Steuerquote. Ich verlinke Sie. Ja, wir gucken mal, was wir da machen können. Wir gucken mal, was wir da machen können. Ja, wir werden Herr Giegold hinter den Kulissen noch verabschieden. Herr Giegold, einen kleinen Moment dann noch bitte. Wir bedanken uns bei beiden Gästen. Und sind gleich aber nochmal mit State zurück, nämlich mit dem Bürger, dem Wähler. Wir wollen das Fazit von den Fragen und den Antworten nochmal gerne von ihm persönlich hören. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.